Willkommen zu einer neuen Folge des Sockencasts. Heute ist es die Folge 49 und wie ihr seht, also die, die auf YouTube sind, Freddy ist wieder am Start und die, die es hören, hören es, Freddy ist am Start, denn es geht wieder um Warhammer und der Freddy ist einfach für mich im Moment der meistexperte Mensch, den ich kenne. Ich bin gerade die Anlaufstelle für Warhammer-Fragen. Ja, der Freddy einfach, egal was ich frage, Freddy weiß die Antwort und das Thema heute dreht sich um Farben und Bemalen, weil, Freddy zeigt schon schön hoch, ich kann auch mal was zeigen, ich habe meine ersten, ich kann mal hier in die Kamera halten, meine ersten paar Figuren grundiert, hier, also man sieht es, dazu habe ich eine Base-Farbe genommen, die nimmt man halt zum Grundieren, eine Base-Farbe, aber es gibt auch so viele andere Sachen wie zum Beispiel hier eine Shade-Farbe und andere Sachen wie Highlights und keine Ahnung, was es da so alles gibt. Deswegen, Freddy, Frage an dich, was gibt es denn so für Farben und wie fängt man dann an mit Bemalen? Habe ich das so richtig gemacht mit meiner Base-Farbe oder habe ich jetzt schon einen großen Fehler getan? Naja, Grundieren heißt ja eigentlich, man verwendet eine Grundier-Farbe, was keine Base-Farbe ist. Ach so. Eine Grundier-Farbe ist halt eher sowas wie hier aus der schönen Sprühkanne, wie eine Hobby-Paint von Wallachio oder, warte mal, ich habe hier noch einen Universal-Primer-Grundierungs-Spray vom Baumarkt. Habe ich auch, habe ich auch geholt. In weiß, in weiß. Oder halt, was man auch haben kann, ist so einen Brush-On-Primer, beziehungsweise Spray-On für, äh, na wie heißen sie, für Airbrushes oder man verwendet halt einfach einen Pinsel. So, weil wenn ich nämlich eine Figur Prime, dann sieht es so erst einmal aus. Immer noch in den Grau, beziehungsweise ich mag halt Grau lieber, ähm, denn, was ein Grundierung-Spray im Gegensatz zu einer Base-Farbe ist, äh, ist, äh, rau. Und wir, äh, wir arbeiten ja mit Plastikfiguren und wenn die raue Farbe drauf haben als Grundierung, dann haftet die Farbe besser an der Figur. Äh, wir grundieren normalerweise mit diesen Sprays am Anfang, damit, äh, Farbe nicht abblättern kann. Okay, cool, okay. Das, äh, dass, äh, dass wenn angekantet wird, dass nicht die Farbe abgeht, weil wenn es halt rau hat und ein größeres Surface, dann geht die Farbe nicht so leicht ab. Okay. Das ist eigentlich der ursprüngliche Anfang, was man damit haben kann. Äh, und wie man schon gesehen hat, ich habe einen Weiß, ich habe einen Grau und ich habe einen Schwarz. Dafür grundieren. Äh, effektiv, nehmt alles, was nicht pur schwarz ist, damit kann man grundieren anfangen. Okay. Das heißt, ich habe, ich habe hier schon wieder einen Fehler gemacht, ich habe jetzt nicht grundiert. Äh, ja, eigentlich nicht. Es ist ja so schlimm, war aber, ähm, äh, weil es ist ja immer noch eine der ersten Figuren, das ist zum Testen, aber in der Zukunft würde ich halt empfehlen, dir mal so einen Spray oder so einen Primer zu holen. Ich habe eins. Ah, ja, genau. Ich habe eins geholt, aber habe nie ausprobiert. Ich wusste nicht, ob das das Richtige ist vom Baumarkt, aber wenn du sagst, äh, du hast auch eins vom Baumarkt für Dings, dann, äh, ja. Ja, ja, Primerungsspray, du musst nicht, muss nicht sein. Ich glaube, äh, warte mal, wenn man wirklich eins fürs Hobby haben möchte, dann sind, glaube ich, die Vallejo ganz gut, weil, ähm, die sind nicht ganz so teuer wie Games Workshop Sprays, äh, aber, äh, die sind ganz gut und für den Anfang sind Sprays mit das Beste zum Primen. Und vor allem, äh, was man halt auch noch hat, ähm, wie man es schon hört, Farben, wenn wir eine Farbenkugeln haben zum Mischen, ist das immer gut. Okay. Farben können sich nämlich separieren, das ist vor allem, wenn wir noch später darauf eingehen, aber, äh, Grund, weswegen wir mit so einem Schwarz oder Weiß grundieren, ist, gut, das wird jetzt auf Kamera kaum auffallen, aber, ähm, vorne, ich hoffe mal, sieht man es, ist es ein bisschen grau, aber von der Seite ist, habe ich es mit einem helleren Weiß grundiert, damit ich schon mal einen Lichtsketch bekommen, wie die Lichter fallen werden. Das ist auch ein Vorteil, wenn man halt schon so von vornherein grundiert und dann Zenital-Highlight macht oder so. Also einmal, grob drüber, wo es Licht herkommen soll. Grund, weswegen ich gesagt habe, man soll vielleicht nicht mit Schwarz direkt grundieren, weil viele Leute sagen, aber, wenn du dein Schwarz, wenn du direkt mit Schwarz grundierst, dann hast du ja schon einen Großteil der Schatten mitgenommen und die musst du ja dann nochmal neu anmalen. Schwarze Schatten sehen scheiße aus. Okay. Schwarz ist für Blacklining und pures Weiß sieht auch Müll aus, weil im Egal, wo wir sind auf der Welt, pures Weiß existiert kaum. Maximal hier in den Augen die weißen Rückstände, das ist eins der wenigen puren Weiß, die wir haben. Selbst das Headset, das ich jetzt aufhabe, wenn man das reinzieht, das hat einen Blaustich. Ja. Mein Hintergrund, natürlich, das sind weiße Wände. Hier ist, äh, hier ist, weiß reflektiert extrem stark. Mhm. Ja. Okay. Erster Schritt, äh, Primer. Primer, okay. Ja, ich messe mir jetzt für die zukünftigen Figuren. Ähm, ich hab's ja auch gemerkt, als ich dann angefangen hab, also die erste Schicht, die ging dann gut. Äh, ging, ging relativ gut. Ich hab dann immer so Stellen grau durchgesehen. Also hab ich eine zweite Schicht drüber gemalt, ähm, damit's wirklich, äh, alles abgedeckt ist. Jetzt sieht's auch gut aus, also, ähm, aber wenn du sagst, das ist halt besser und wegen, äh, Surface und Rauheit und dass die Farbe besser hält und nicht abblättert, dann merk ich mir das, äh, und, äh, dann hoffe ich, dass ihr euch das auch merkt, ähm, dann damit, äh, zu grundieren. Und dann achtet drauf, dass, dass ihr eine Kugel habt in eurer Spraydose. Ja. Äh, äh, nette Spraydose ist es auch ganz geil, wenn man in Metallic welche Kugeln hat. Oder kauft euch, äh, einen Hunderterpack kleine Kugeln und tut die in eure Farbpötte rein. Es ist es wert. Äh, was für Kugeln? Wo holt man die? Was sind das dann für Kugeln? Ich hab's ja einfach auf Amazon bestellt für, äh, 200 Kugellagerkugeln für 3 Euro. Ah, Kugellagerkugeln, okay. Ja. Einfach zu mischen, das reicht. Also, muss man wirklich nicht. Das ist ein kleiner Lifehack, einfach, äh, der manchmal ganz gut ist. Hey, ich nehm, ich nehm alles mit, was ich, äh, hier an Info kriegen kann. Ja. Äh, dann geht's, äh, daran, welche Farben sollte man haben? Also, quasi, würde ich jetzt aber kurz sagen, weil, äh, fürs Malen, ihr habt, ich sag mal, ihr wollt jetzt eure, äh, eure Armee blau anmalen, ihr wollt es grün anmalen und ihr kauft euch die Farben dafür und ihr wisst nicht genau, was wollt ihr eigentlich für Farben kaufen. Grundsätzlich sind eure Basefarben, sag ich mal, wenn ihr lila und rot haben wollt, ich hab jetzt halt mal hier zwei von den Vallejo Game Color von den neuen. Das sind sehr intensive, äh, Töne, wie man hier unten sehen kann. Mhm. Und vielleicht einen kleinen, äh, sagen wir mal, vielleicht was Schwächeres von Games Workshop, wie dieses Barot Blue, als Akzent. Ähm, das ist gar nicht so wichtig, wenn euch die Farbe selbst gefällt. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Marken. Ähm, Citadel ist halt die teuerste Marke, aber auch relativ konstant. Mhm. Äh, aber wenn ich eine Basisfarbe haben möchte, so eine Baselayer Farbe, dann tendiere ich eigentlich eher zu, äh, Vallejo oder, äh, andere Marken, die nicht, äh, Citadel selbst sind, also die Games Workshop Farben. Okay. Ich bin großer Fan von Scale Color. Leute hassen Scale Color. Was sind Scale Color? Also ist die Marke. Die Marke ist Scale 75, Scale Color. Äh, viele Leute hassen diese Farben, ich mag sie sehr gern, weil sie sind saudün. Ah. Äh, nicht wirklich mega deckend, aber sie fließen gut. Also quasi jeder hat so ein paar, ähm, Sachen, die ihnen halt gut gefallen. Man sagt zum Beispiel für Anfänger, lasst die Finger von Army Painter erst mal, aber jede Reichweite an Farben hat gute Farben drin. Also, äh, deswegen ist es besser zu schauen, hey, kannst du mir eine Marke empfehlen? Such lieber nach, kannst du mir ein gutes Grün empfehlen? Ein gutes, äh, äh, Rot oder so. Damit kommt man besser an und dann schaut man, dass man die bekommt, weil zum Beispiel Lilas sind 90% der Zeit schlecht. Okay. Äh, weiß ist zum Beispiel, ähm, weil, wenn ich zum Beispiel sagen würde, hey, Citadel ist bei den meisten verfügbar. Äh, Citadel hat kein gutes Weiß. In der ganzen Reichweite nicht. Das, äh, Beste, was sie haben, ist, äh, Wraithbone. Ja, ja, das hab ich auch hier. Was einigermaßen gut sich bemalen lässt für Weiß und es ist so ein bisschen ein cremiges Weiß. Was aber dann auch nur für warme Farben gut ist. Ähm, oder für ein warmes Weiß. Deswegen, ähm, würde ich zum Beispiel nicht sagen, hey, ja, aber kauft euch doch einfach die Citadel-Farben, weil ihr müsst Weiß woanders aussuchen, weil, ähm, Keramikweiß ist, glaube ich, eine der schlechtesten Farben, die auf dem Markt existieren sogar. Was ihre Standard-weiße Farbe ist. Okay. Äh, und das liegt daran, also, weil, es gibt so ein paar Farben, bei denen ist es halt so, äh, weiß ist historisch schwach oder gelb, weil, jetzt gehen wir mal ein bisschen in, äh, na, in die Chemie rein. Was bringt, äh, die meisten Weiß- und Gelbfarben haben sehr dicke, große Farbpigmente. Das heißt, die mischen sich nicht gut. Was heißt, sie decken nicht gut. Wenn man sie auf die Miniatur aufträgt. Das heißt, zum Beispiel, äh, ähm, muss man einen anderen Weg finden. Zum Beispiel, Army Painter ist kein guter, oder was heißt das, hat normalerweise sehr viele Probleme, aber sie verwenden nämlich ein Gel-Verfahren. Statt, äh, für Farben. Was heißt, die Farben verhalten sich anders und viele Leute mögen sie deswegen nicht. Aber es weiß von denen ist tatsächlich sehr gut. Weil das Gel-Verfahren ist gut für ne weiß. Weil Gel alles, äh, die Pigmente alles auf die gleiche Größe wieder gebrochen wird. Auf einmal, was für das eine nicht funktioniert, funktioniert fürs andere. Ähm, aber vielleicht braucht ihr eh erst einmal kein Weiß. Denn hier sind nämlich meine, äh, wenn ich sag, die ersten zwei Farben, die jeder von euch sich kaufen sollte. Und hier macht keine Substitution. Ich hab gerade eine leider davon nicht gefunden. Ice Yellow und Sunny Skin Tone. Das sind zwei Gelb-Farben. Eine davon ist sehr warm. Einer davon ist sehr kalt. Und beide, weil man kann sich so denken, wenn man Farben bemalen möchte und sich irgendwann Farben selbst zusammenmischen möchte, ne? Mhm. Äh, wie kriege ich es dazu, einen Kontrast zu erzeugen? Weil Miniaturen sehen ja sehr gut aus, wenn sie einen Kontrast haben. Ja. Das mischt kaum, das verändert kaum die Farbe, die beiden, mit was du das reinmischst. Aber, das ist eine kalte Farbe und es drückt die Kälte enorm von Farben, in denen du das reinmischst. Und Sunny Skin Tone geht in die andere Richtung. Es wird Dinge, es lässt Dinge warm wirken. Okay. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Farben, die jeder haben möchte, weil es sind nämlich die einzigen universalen Mischfarben für Hauttöne, für, äh, Stoffe, für Licht. Die sind so unglaublich gut einsetzbar. So. Und jetzt, frag mal los. Ja, ähm, ich bin grad voll überrascht, was, was man da alles be, 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 be achten kann eigentlich, so. Hier die, ähm, die Fließkraft der Farben und so weiter. Ähm, ich hab jetzt meine Base-Farbe. So. Woran erkenne ich denn, ob mein Lila, ich hab jetzt das Base-Negaroth-Knight von Citadel halt. Natürlich, weil das halt bei dem Stadt, dass er dabei war, so dieses Base-Lila. Woran erkenne ich denn jetzt, ich leihe, keine Ahnung, von Farbkunde und so, woran erkenne ich denn, wie fiel dich denn heraus, ob meine Farbe eher eine warme oder eine kalte Farbe ist? Ähm, das sieht man halt meistens daran, äh, wenn du es wirklich auf eine Miniatur-Auftext oder mal auf eine Nass-Palette, weil, ähm, man merkt halt sehr schnell, weil, ähm, kalte Farben wirken leicht, wirken blass. Leicht. Und warme Farben wirken halt eher stark und heraus, also quasi gehen in die Rottöne rein. Während, äh, kalte Farben halt eher in die Blautöne hineingehen. Sehr gut. Wenn ich also sowas haben möchte, wie einen, äh, Royal Purple, also sowas, wo man sich so einen richtigen schicken lila Mantel vorstellt, da, äh, suche ich mir halt eher was raus, wie, äh, da muss ich mir halt auch eine Farbe raussuchen zu der des Paars. Ähm, und, und da kann ich es halt, äh, hoch grundieren. Und das sieht man meistens, also zum Beispiel, man kann es ja auch mal testen oder einfach googeln, wie sie aussehen, neben weiß. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, googelt einfach mal eure Farbe und wenn ihr denkt, okay, das wirkt ein bisschen blass, dann ist es eher kalt. Oder, hey, das wirkt sehr saturiert, dann ist es eher, äh, hell. Und ich meine, es gibt verschiedene Farben, zum Beispiel, ich habe hier auch, äh, ganz coole tatsächliche Acrylfarben, die man mit einem Medium mixen muss, zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel genau ein kaltes, äh, 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 ein lila-blau und ein blass-lila, ein kaltes. Und, äh, da kommt es zum Beispiel auch darauf an, wie man die mischt. Ah ja, gut, dann sehe ich ja schon, dass, dass dieses Nagaros ja eher, eher eine kalte Farbe ist. Genau. Kann ich mich schon mal daran orientieren. So, dann habe ich, gib mir mal auf, ich habe, ich habe ja jetzt hier meine Figur, so. Mhm. Können wir nochmal hier reinzeigen in die Kamera, die, die es jetzt zuschauen auf YouTube. Ich habe jetzt meine Figur, so. Ich habe jetzt meine Base-Farbe jetzt dran, weil hauptsächlich wird die da sein. Wenn ich jetzt anfange, die Akzente herauszuholen mit anderen Farben, wie zum Beispiel, ich will, dass der Zitinenpanzer hier braun wird, dass die Klauen grau werden und so weiter. Und ich male das dann alles so schön an. Mhm. Dann sieht es ja, äh, 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 also dann, dann, dann habe ich das ja angemalt und so weiter und dann, ähm, ich kann es ja mal hier zeigen. Ich, bist du der Richtige? Ja. Ja. Ich habe ja auch hier zum Beispiel die Figuren auch schon angemalt. Man merkt ja auch schon, wenn man schon die zweite Farbe drauf macht, dass es schon einen Unterschied gibt, ja. Aber, ähm, so ist es ja noch nicht fertig. Weil es gibt ja jetzt noch ganz viele Layer, die man drüberlegen kann. Und was wäre denn, wenn ich jetzt meine Grundsachen angemalt habe, die halt, da sind ja keine Schatten mit drauf oder so, wenn ich jetzt die Grundfarben, die da drauf sein müssen, äh, drauf mache? Ähm, wie fange ich denn sowas dann an? Wie, wie hole ich, ähm, das meiste dann aus den Farben raus? Oder was wäre für dich der nächste Schritt, wenn du deine Grundsachen angemalt hast? Oder die Grundfarben? Es gibt zwei Methoden. Also es gibt einmal eine, ähm, die jetzt, wie du es gemacht hast, du hast einmal überall Lila gemacht. Und wichtig ist, jede Farbe ist, äh, zu einem gewissen Grad durchsichtig. Das heißt, du wirst auch immer einen Lila-Unterton haben, auch wenn du jetzt etwas Braunes drüber machst. Und das Braun wird halt auch leicht, äh, ähm, leicht kalt dadurch. Das heißt, du musst zum Beispiel wissen, wenn du sagst, hey, ich möchte aber einen Kontrast haben und ich will ein sehr kräftiges Braun haben, dann musst du viel mehr mit Rot-Tönen tatsächlich arbeiten, damit es zu einem Braun wird, das dir quält oder mit einem super saturierten. Aber, ich sag mal, wenn ich jetzt alles eingebloggt habe, weil normalerweise sagt man, hey, ich habe die Base-Farben eingebloggt, dann hat man die Möglichkeit, die, äh, sehr viele Leute mögen, das sind die sogenannten Shades. Shades sind fast Wasser. Genau. Die sind fast wie Wasser. Die kann man sehr schön in die Ritzen auftragen, ähm, und aufs Modell und einmal waschen und die, ähm, deswegen heißen sie ja Washes. Man schaut halt, dass nicht zu viel davon auf einen Fleck ist. Man schaut, dass es schön verteilt ist aufs Modell und vor allem, dass es halt in die Kanten fließt, weil es hat nämlich noch dicker, weil es hat nämlich super dicke Pigmente und ist super verdünnt gleichzeitig, ohne dass es bricht. Äh, so, dass es halt in den Ritzen kleben bleibt und dann definiert es halt die, äh, Löcher und die Hüllen im Modell. Aber es stained natürlich auch ein bisschen alles andere, was es berührt hat. Weil, muss ja irgendwie drüber laufen und es ist ja nicht 100% verlustfrei. Mhm. Dann kann man das machen, was ich eher mache und das ist, äh, eine der Sachen, wo ich zum Beispiel Sitter lobe und und ich sehr gut finde. Es sind sogenannte Kontrastfarben. Kontrastfarben wurden damals angekündigt als, hey, äh, du kannst einmal, wie ich's gemacht habe, mit ne, mit deinen Spraydosen drüber machen, äh, drüber machen und dann one coat and it's done. Wurde's angekündigt. Okay. Also quasi, wenn du einmal so eine Kontrastfarbe über ne Fläche haust, dann, weil das so dünn ist, äh, hast du bereits einen natürlichen Verlauf, es verwäscht sich ein bisschen, du hast den Washing Process dabei. So funktionieren die Farben nicht, weil so funktioniert Malen nicht. Aber, du kannst diese Kontrastfarben nehmen als, was, als ne Wash. Und zwar, du verwendest die spezifisch dünn in alle Ritzen und du gehst drüber oder du bemalst, äh, du machst einmal deine Basefarbe als Undercoat und der Undercoat ist nicht die Farbe, die du am Ende haben möchtest. Die Farbe, die du am Ende haben möchtest, ist die Kontrastfarbe. Weil dann gehst du nämlich nochmal darüber und die fließt nämlich dann in die ganzen Ritzen ein. Aber, ähm, wie ne Tinte fast, äh, ändert die, die, die Hauptfarbe. Also quasi zum Beispiel, wenn du nen Braun hast, ich hab hier jetzt so zum Beispiel, äh, ne, ne Kontrastbraum, Gorgonauter Fur. Sehr gut. Holt euch Gorgonauter Fur. Das ist einer der besten Brauntöne, die existieren in diesem, in dieser Kontrastform. Ich nehm's für fast jedes Leder. Das existiert. Ähm, ich finde es ein sehr schönes Leder. Es ist ein bisschen rötlich. Also auch, äh, hell. Man sieht's irgendwie, man sieht's halt hier nicht, weil so, oh, das wirkt graun, aber weil es halt trocknet, das wird rötlich. Ähm, dann hat man, äh, hast du halt drüber gemalt und auf einmal wirkt das alles sehr, äh, sehr stimmig. Weil du hast nämlich die Unterfarbe, die den Ton angibt und die Wärme angibt. Du hast dann den eigentlichen Farbton mit dem Verlauf von den Kontrastfarben und es ist ja in die Ritzen alles gegangen und das macht jetzt halt die Schatten. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr so ums Highlighting kümmern danach, weil der Vorteil an dem Prozess ist halt, im Gegensatz zum Letzten ist, ich muss nichts normal sauber machen. Die Flächen, die ich ja vorher, äh, die ich mit den vorherigen Kontrastfarbenprozess hatte, muss ich ja nochmal ein bisschen aufhören, damit halt die Stellen, die beleuchtet sind, halt noch ihre eigene Farbe haben. Ja. Genau. Ähm, das sind die zwei Methoden, die es eben dafür gibt, Schatten zu definieren. Oder ihr könnt auch wie ich sein und, ähm, ihr verwendet oder ihr malt die Schattenfarben direkt anstelle des Basecodes. Also der erste Prozess, den ihr macht. Okay. Bevor ihr überhaupt anfängt, hier die Farben einzublocken, ihr blockt nur die Schatten ein. Und kümmert euch gar nicht darum, was die, äh, was die Basefarbe sein wird bis dahin. Mhm. Das ist, wie ich's gerne mach, aber das ist für, und das muss man sagen, extrem beleuchtete Schatten. Das ist, wenn ich möchte, dass meine Schatten blau wirken. Oder grün. Oder halt nichts schwarz. Weil wenn ich's versuche, hier schwarz einzublocken, dann wirkt's einfach wie ein Fehler. Das funktioniert, äh, deswegen sag ich, dieser Approach funktioniert nur, wenn man farbige Schatten möchte. Okay, krass. Wie sieht es denn so aus, wenn du so einen farbigen Schatten hast? Hast du da eine Figur zum Vergleich da? Ähm, ja, also... Jetzt erwische ich ihn unvorbereitet. Haha. Nein, 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 ich hab's schon hier. Ähm, hier, ich weiß bloß nicht, ob man das sieht, hier sind nämlich nicht schwarze Schatten, äh, sondern... Ah, fokussiert halt nicht. Ja, die Kamera fokussiert nicht, aber wenn du, ja genau, wenn du so hältst, da sieht man schon ein bisschen, ja. Das ist nichts. Das hat den lila Stich alles. Hier oben siehst du den lila Stich. Hier unten siehst du den lila Stich. Ja. Du siehst überall im grünen diesen lila Stich, wo es am dunkelsten ist. Ne? Wenn man das so hat. Ja. Überall ist dieses lila unten drunter, auch unterm Schwarz. Also quasi, auch dieses Schwarz ist so leicht lila geformt. Ähm, so dass überall selbst hier, äh, auf der Seite, wo ich diesen... Ah, da sieht man es vielleicht sogar noch besser. Ja. Äh, mit den, äh, lila Tönen. Wow. Die da unten sind. Ähm, weil so hast du nämlich einen Farbverlauf von lila zu schwarz zu silber zu grün zu lila zu schwarz zu silber und so hast du einen, so hast du effektiv einen, äh, gängigen Überlauf und eine große, so eine stimmige Form von, okay, irgendwie ist da ein ungesundes, künstliches, dunkles, kaltes Licht auf allen drauf. Was dann natürlich ganz cool ist, mit den warmen Farben, die halt von der Modell selbst kommen. Also quasi, wenn, so, deswegen wirkt ja auch dieses Pink so extrem. Ja. Ja. Es sind nur zwei kleine, das sind wirklich nur diese zwei kleinen, äh, Augen und der, äh, das hier oben, aber es wirkt unglaublich hell, weil alles andere so dunkel ist und alles diesen lila Ton hat. Ja. Cool. Natürlich habe ich auch hier noch den Extremfall. Oh ja. Von meinen, äh, Dämonenprinzen, der komplett mit Farbe spielt, wo bloß noch der Flügel gemacht werden muss, der ist gerade ein bisschen, ähm, ja. Schade, aber, äh, ja, genau. Da merkt man es halt extrem, aber das ist ein Modell, das ich komplett mit Far, also wo halt wirklich das Farbspiel oben ist. Der, der, so soll der innere Flügel auch noch ausschauen, so definiert wie hier oben. Ähm, und die Muskeln am Rücken wollte ich nochmal kurz überarbeiten, bevor ich die Base-Gestaltung mache. Aber ja, da sieht man es halt am richtig krass, äh, äh, ja, das ist, aber das ist halt wirklich ein Modell, wo ich halt extrem mit Farben spiele. Wow, das ist ultra krass. Es ist auch echt, äh, faszinierend, was man so alles machen kann. Ich meine, ich habe hier jetzt meine publige Figur, ähm, ich werde da jetzt so ein bisschen die Farbe drauf klatschen, aber, ähm, bis ich irgendwann soweit bin, da wird's schon, äh, paar Jahre dauern, schätze ich mal, bis ich da wirklich herausgefunden hab, wie ich die, die, die Lichtverhältnisse einschätzen kann. Weil ich muss mich ja auch, ich muss mir auch, ich kann ja jetzt einfach sagen, okay, äh, ich will hier irgendwie Lichtverhältnisse reinballern. Ich muss mir aber überlegen, von welcher Seite kommt ja die, 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 das Licht, ähm, wo will ich die schattigere Seite haben, wo will ich die hellere Seite haben, ähm, und dann muss ich ja auch drauf, darauf achten, wie bewegt sich denn meine Figur? Weil, ich kann jetzt nicht sagen, okay, hier, zum Beispiel hier, der hier, ähm, der bewegt sich ja zum Beispiel leicht nach links geneigt. Das heißt, ich muss ja auch drauf achten, okay, wenn ich mich nach links neige, wo ist der Schatten mehr zu sehen, wo ist, wo ist, wo ist, wo ist der, der Lichtanteil höher? Ähm, aber da ich davon noch keine Ahnung hab, muss ich auch erst noch herausfinden, wie ich das alles hinkriege. Okay, wir haben jetzt die Basefarben, wir haben jetzt die Shade. Ähm, die Shade, die Basefarbe ist also deine Basefarbe und die Shade, äh, ist für die, für die Ritzen und, und ein bisschen Schatten und Konturen. Ähm, dann hast du Highlight gesagt, damit, ähm, hast du Highlight gesagt? Ich bin grad voll durch. Ja, Highlightfarben, ähm, okay, was euch immer empfohlen wird, ist, ähm, wenn, 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 wenn es mehr Licht hat, dann möchte man ja, dass es so ein bisschen den Farbverlauf reinbekommen, dass man eben von, äh, dunkel zu hell hat. Und so, äh, so fängt man halt an zu Highlighten. Kantenakzente sind nochmal sein eigenes Ding, aber, äh, wir Highlighten halt grundsätzlich mit der Farbe, mit einer Farbe, die halt, ähm, ja, ein bisschen heller ist, also quasi als die Grundfarbe, die man eigentlich haben möchte, weil so liest sich die Farbe auch klarer. Okay. Also, also beispielsweise, hier ist zum Beispiel das Rot Gehighlighted mit einem, ähm, mit einem Orange und man sieht halt immer diesen leichten Farbverlauf, ne? Mhm. Ja. Und halt teilweise diese extreme Stippling, was ich im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr tun würde, aber, äh, damals ergänzt habe. Okay. Ähm, sieht immer noch cool aus. Ja, verdammt cool. Vor allem die, die Arme und so mag ich immer noch. Also quasi, ähm, reflektive Surfaces und so sind da da immer ganz cool. Und, ähm, was man da eben machen kann, ist halt, äh, es geht halt hauptsächlich darum, einen Weg zu finden, dass diese Highlights alle, ah, wie sagt man, zu einem stimmigeren Gesamtergebnis führen. Also, auch zum Beispiel, dass, äh, alles, was so ein bisschen oben ist, heller ist einfach. Mhm. Ähm, das ist eine der schwierigeren Sachen, weil, äh, da muss man halt anfangen, Farben zu mischen. Ja. Es, äh, es hilft wenig, also, sagen wir mal so, wenn man sagt, ich nehme rot und ich nehme helles Rot, irgendwie mir, das funktioniert nicht so gut, wie wenn ich sage, ich nehme einen Rot und mische einen helleren Ton in mein Rot rein. Also quasi, ich kann, ich kann nicht einfach drüber malen. Ich brauche ja so einen Übergang von einer Farbe zur nächsten. Und deswegen die Universal-Highlight-Farben. Äh. Äh, äh, da haben wir sie wieder. Ähm, dafür sind sie so gut. Aber man kann natürlich auch, ähm, extreme Unterschiede machen. Also, zum Beispiel, ähm, man kann, äh, lila zum Beispiel saucool auch mit einer anderen, auch mit einem Kontrast-Highlighten. Lila und Orange. Orange ist eine sehr geile Highlight-Farbe für Lila. Das lässt nämlich das Lila noch stärker wirken. Oha. Ähm. Kann ich mir überlegen. Genau. Das wäre, äh, das wäre zum Beispiel was, was, wenn ich machen würde, würde ich, äh, wenn ich was malen würde, das Lila ist, würde ich zum Beispiel, äh, anstoßen, die Idee. Ähm. Und, ähm, weil Lila so was schön Reflektierendes hat damit. Ähm. Grundsätzlich geht es aber darum, dass halt einfach eine Figur stimmig wirkt. Und, äh, eine der größten Highlight-Sachen sind sogenannte Kanten-Akzente. Und jetzt ist das, wo ich, ähm, ein bisschen, ich Kanten-Akzente tuier nicht so gerne bei meinen Figuren. Okay. Warum? Woran liegt's? Ähm. Naja, zum Beispiel, was man halt machen kann, ist, um ein Gold noch glänzender zu wirken, kann ich hier zum Beispiel, äh, ein Silber nehmen und die Kante in Silber oder hier oben in Silber. Ah, okay. Und quasi noch in der helleren Farbe, sodass, dass es so wirklich glänzend wirkt und reflektierend. Äh, also das, als würdest du geblendet werden oder, ähm, sowas. Und dann bekommst du einen sehr coolen Blick. Also ich, ich hab's ein bisschen gemacht. Zum Beispiel, dass man halt hier schwert die innere Partition trennt. Mhm. Ist am Schwert selbst erkannte, die ich nochmal nachgezogen hab, mit einem helleren Gold. Mhm. Beziehungsweise, mit einem hell, mhm. Ähm. Dieses, dieses Modell enthält keine Goldfarbe. Okay. Es ist mit einem anderen, äh, 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 es wird in einem anderen Blend gemacht. Ich, ich erklär noch mein Problem mit Metallfarben in den Moment. Äh, 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 äh. Metallic Farben, also, ja, hab ich auch schon gemerkt hier an dem Ding, dass es irgendwie nicht so easy ist. Mhm. Ähm. Ähm. Genau, wir haben hier, äh, ich mach das nicht so gern, weil ich find, der Stil sieht super cool für eine Figur aus, super schlecht auf ein Regiment. Also quasi, wenn ich tatsächlich zehn Figuren nebeneinander stehen hab und diesen Kanten akzentuiert, dann... Finde ich, sieht das alles ein bisschen unstimmig aus. Es bin aber nur ich. Also, es gibt so viele Leute, die lieben es, ja. Äh, ich würd halt einen Tipp sagen, wenn ihr aber Kanten akzentuiert, akzentuiert nur alles, was zum Licht steht. Also, hier ist wieder mit der Quelle. Äh, viele machen die gleiche, wenn ihr nämlich auf die Games Workshop Zeug seht, dann macht's, dann ist alles auf der gleichen Linie, die gleiche, ähm, Kante. Das sieht alles, äh, äh, gleiche Stärke. Finde ich, sieht nicht so cool aus, wie... Ne, ich hab doch, doch, ich hab hier ein paar Kantenakzenter ja dran. Ich hab hier zum Beispiel die Flügelkanten jetzt akzentuiert. Und die haben ja verschiedene Stärken. Da, wo es Licht am meisten ist, sind auch die meisten Kantenakzente. Und da, wo es schwächer wird, werden es immer weniger und immer dünner. Ja. An den Flügel sieht man das ja. Ähm, also, ich hab, ich setz schon Kantenakzente, oder, dass halt hier zum Beispiel, äh, die Farbe intensiver wirkt. Ja. Hab ich. Ähm, und hier ist dann doch nochmal ein Gold, weil das ist außerhalb von Lichtkegel und so. Also, ich setz schon Kantenakzente an sich. Und könnte, kann man auch machen, weil das lässt nämlich eine Figur sehr lebendig wirken. Als würde sie halt wirklich in eine Szene reinpassen. Ähm, es ist ein bisschen wie das Panel Lining, was du ja machen möchtest. Ja. Ähm, oder Pinwashing. Äh, ist auf jeden Fall, es ist halt einfach Geschmackssache, wie man es machen möchte. Aber es pusht den Kontrast. Und deswegen ich so viel auf Kontrast eingehe, ist halt, weil, ähm, man fokussiert sich am Anfang immer voll auf, ah, diese Farben, mach ich die richtigen Prozesse, äh, ist meine, ist alles sauber, soll eine Figur nicht so aussehen. Und, ähm, ich hasse den Standard Weg, Miniaturen zu bemalen. Mhm. Also, ich, ich, ich kann Too-Thin-Coat, Space-Coating, äh, Wash auftragen, nochmal highlighten, äh, nochmal sauber machen, dann Highlights setzen, dann Decals drauf, dann Kantenakzente übristen. Das kann ich nicht. Ich bin gelangweilt von diesen Malen-nach-Zahlen-System. Okay. Das ist keine Art, wie ich gerne mal, oder beziehungsweise es ist eine gewisse Art, die halt, wenn man sich halt die Tutorials anschaut von Games Workshop und so, dann wird das ja einem so beigebracht, aber, äh, wenn ihr wirklich, aber ich finde, dann, da lernt man tatsächlich nicht das Malen, sondern man lernt so, man lernt eine spezielle Art zu malen. Mhm. Und wenn ihr wirklich gute, äh, gut darin sein wollt, äh, eure Miniaturen zu bemalen und Ohr-Momente zu erzeugen, dann probiert Zeug aus. Also, das Einzige, was ich immer sage dafür, ist halt, verdünnt eure Farben ein bisschen, also, kleines bisschen Wasser, oder ihr verkauft euch einen Farbverdünner, weil, ähm, zu dick sieht immer Müll aus, zu dünn macht ein bisschen mehr Arbeit. Mhm. Aber, äh, jede Miniatur ist rettbar, wenn ihr keine dicken Schichten habt. Okay. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, so, wenn ich mal hier was verkacke oder so, keine Ahnung, oder sage, okay, gefällt mir jetzt nicht mehr, ich will es irgendwie neu bemalen, ähm, dann gehen ja irgendwann mal hier die ganzen Details flöten, weil zu viel Farbe drauf ist. Ja. Genau, aber, ähm, aber wenn man richtig dünn malt und es auch schafft, dünn zu malen, dann sehen halt die Schultern auch so aus. Mhm. Weißt du, wie viele Coats of Paint auf diesen Schultern sind? Mathe, lass mich raten. Hmm. Sechs. Hoch. Acht. Warte mal, Grundfarbe, Marmorierung, zurück, äh, nochmal eine neue Farbe drauf, weil mir die ursprünglich nicht gefallen hat, nochmal marmoriert, dann, ähm, die, den Light Sketch, dann, äh, das Schwarz und dann nochmal das Dry Brushing. Sind zehn fucking layers. Crazy. Crazy. Und man merkt's nicht. Und man merkt es einfach nicht, dass das zehn Layers of Paint sind, die diese Miniatur hat. Crazy. Okay. Also Farbe verdünnen ist, äh, wichtig. Ja. Weil, äh, wie gesagt, jede Farbe ist ein bisschen durchsichtig, ähm, aber man kann halt immer wieder fürs Neue ansetzen und die nächste Code Paint kann, und auch wenn der erste nicht so gut deckt, der nächste Code Paint, äh, der vielleicht einen weiteren Schritt einführt, der deckt es dann und irgendwann hat man da diesen Effekt und kann tatsächlich sagen, hey, äh, ich hab nen saugeilen Knight, bei dem der Farbe abgebrochen ist und ich den wieder ranmachen muss. Aber, äh, aber, ähm, es sieht dann doch geil aus, weil, äh, wenn ich einmal zu dick aufgetragen hätte, dann würde man das an den Schultern einfach merken. Mhm. Ja, krass. Also, äh, dünn malen ist der einzige wirkliche Tipp, den ich immer empfehlen würde. Und sonst, äh, halt Tutorials anschauen. Also, wir haben es schon mal verlinkt, aber ich glaub, den Stil zu finden ist 10.000 Mal wichtiger, als sich an irgendeinem genauen Schritt zu halten. Oder wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte ein bisschen rumexperimentieren. Vor allem ist rumexperimentieren, ist halt sau wichtig. Wenn ihr was findet, was euch passt oder einen Weg, wie es euch passt, dann ist es super cool. Äh, ich hab zum Beispiel mal eine Miniatur angemalt, die hab ich mit nen, fast nur mit nen Schwamm bemalt. Oha. Mit so nen, äh, wie heißen sie, mit so nen Rollerschwamm rausgetupft und einfach bloß angetupft und immer mehr Lichtsketsche und grün und, äh, und so. Das war so ein Geister-Modell von den Nighthorns. Und dann hab ich nur die Knochen nochmal nachgezogen, dass sie wirklich definiert sind. Und die sahen auf einmal auch sehr geil aus, weil dieser Effekt, das war so ein richtig krasser Marmoreffekt. Und dann hat man einmal eine Contrast-Farbe drüber gejagt, weil es war so eine Speed-Painting-Technik. Und ich hab das angeschaut und so, ich kenn Leute, die würden ne Armee so feiern. Ja. Und wenn das jemand machen möchte, dann kann er das doch machen. Ja, klar. Dann hat er nichts falsch gemacht. Nur weil er nicht mal einen Pinsel in die Hand genommen hat. Ja, genau. Ich denk einfach, generell kannst du eigentlich nichts falsch machen, weil, ähm, wenn du mit deinem Paint zufrieden bist, dann stimmt ja alles. Du musst ja mit deinem Paint zufrieden sein. Und wenn du nicht zufrieden bist, ja, dann mach halt neu. Dann probier dich halt nochmal neu aus. Und, äh, versuch wieder was Neues. Ich mein, ich hab ja auch hier, ich war mal in einem Games-Workshop, so, meine Frau hab ich ja schon im letzten Mal, äh, Podcast mal, äh, erklingen lassen. Die hat mich mal da, oh, voll gegen die Mikrofon gehauen. Äh, die hat mich da mal mitgeschleppt. Und da durften wir auch mal Figuren bemalen. Und ich hab ja hier so ein Space Marine bemalen dürfen. Äh, warte hier, so. Und ich hab halt einfach nur diese Base-Blaue gehabt und halt dann diesen, mit dem Pinsel einfach nur aufgetupft, diese komische Farbe. Aber es hat halt schon so viel rausgeholt. Ich weiß gar nicht, was das war. War das ein Highlighter oder so? Ähm, aber das hat halt, das macht halt schon so einen krassen Unterschied. Und für mehr hat halt die Zeit nicht gereicht. Aber, ähm, man merkt schon, allein, allein, wenn man nur sowas macht, äh, sieht schon geil aus. Und ich war zufrieden damit. Also. Ja, 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 ja. Wenn du jetzt nochmal kurz in die Kamera hältst, dann erklär ich dir nochmal was. Ah, ja. Jetzt überlege einmal, du hättest hier, ähm, nicht komplett zufällig gemacht, sondern das sieht ja auch ein bisschen aus wie gedry-brushed. Sondern, äh, du hättest wirklich einen trocken, äh, äh, trockenbürstbrush genommen. Hättest damit einmal drüber und hättest eine konstante Lichtquelle dir im Kopf gehabt, also wie so ein Kreis. Ja. Hättest es in die Richtung gemacht und dann vielleicht noch, ähm, eine zweite Farbe und die Augen vielleicht nochmal nachgezogen mit einer extra Farbe. Ja. Das wäre, das wäre eine richtig, das wäre eine richtig geile Miniatur auf einmal, die halt anders aussieht, die halt, äh, hat aber dann ein bisschen Story an sich. Aber wenn du bloß einmal so, deswegen kurz dieses, ich mach mir kurz über Lichtgedanken, ich mach mir kurz über Schattengedanken, ich mach mir kurz über eine Lichtrichtung Gedanken. Das reicht. Ja. Wie, welche Farben ihr dann aufträgt und wie, solange sie nicht zu dick sind, er erzeugt einen coolen Effekt, das ist ein bisschen der Selbstläufer. Mhm. Also, ähm, du wirst immer, und vor allem, du wirst für jeden Stil angeprangert, also, ähm, mein, der Dämonenprinz, auf den ich eigentlich super stolz bin, hab ich ja damals in meine WhatsApp-Gruppe gestellt und dann war es so, ja, aber woher kommt das Licht? War die erste Frage, so. Ähm, ja, das kommt noch in der Base-Gestaltung und dann hab ich noch irgendeine Frage dazu gestellt, zu den Flügeln, wie ich dir am besten, weil ich wollte ein bisschen Hilfe, wie ich das am besten mach mit den inneren Flügeln. Ja. Äh, wie ich da den Farbverlauf am besten machen kann, weil ich komm da ja nicht mit einem Drybrush wie bei den oberen Flügeln ran, weil das so dünn ist, äh, oder wie ich das schattieren soll, hab ich halt einfach gefragt, soll ich ein bisschen in die Reflexion. Und dann waren ganz andere Kommentare und ich hab mir auch gedacht, so, okay, das ist aber weird. Als ich drei, vier Leute jetzt gemeldet hab und ich hab so, was, finden die das nicht geil? Und dann hab ich tatsächlich mit den Leuten in der Gruppe in Person geredet, nee, der, ach ja, der Dämonenprinz, der sieht eigentlich saugeil aus, ich bin voll gespannt, wie deine Base aussehen wird. Also, weil die, die es cool fanden, haben sich nicht gemeldet. Ja, natürlich. Im, im, im Schwabenland sagt man nix exaktisch genug lobt. Mhm, genau. Nix exaktisch genug lobt. Das ist bei vielen von meinen Armeen so, dass, ähm, weil die haben einfach einen komplett anderen Stil. Die sehen einzigartig aus. Ich, ähm, find's cooler so. Ich hab meinen Stil gefunden, oder einen Stil, den ich, äh, gut durchziehen kann. Mhm. Und muss halt sagen, der sieht besser aus als die meisten ihrer Modelle. Aber... Ich glaub, das denkt jeder von seinen Modellen irgendwann mal. Ja, aber es gibt schon manche Leute, die sind dann so, ja, ich hab hier 20, äh, Dark Angels angemalt. Und ich denk mir nur so, ja, die sehen alle ein bisschen langweilig aus. Und dann hab ich halt meine Hyperneon, äh, grü, also, fluoreszierende Farben. Ich hab die, ich hab die Bright Angels. Die Bright Angels? Es ist fast nur Neon an denen. Neon und schwarze Töne und kalte Sachen, die sehen teilweise mega geil aus. Aber für die sind's halt so, wie, wie, wieso? Aber dann hast du halt nämlich Leute, die sind so, das ist das Geil, also, mein Lion ist bald fertig, den muss ich mal zeigen. Oh ja. Ich hab bis jetzt immer die zwei Reaktionen gehabt von, das sieht irgendwie weird aus, aber ganz cool, oder ich verstehe. Und die anderen so, das sieht wie der geilste, also, das sieht wie die geilste Dark Angels-Anarmee aus, die ich je gesehen hab. Weil halt nur Neon und Schattenskizzen. Es ist, wenn ich sag, ich hab mit meinen Dämonenprinzen mit Lichtverlösen gespielt, okay? Ja. Das ist nichts im Gegensatz zu dem, was ich grad mit meinen Dark Angels mache. Echt? Also, ich find den Dämonenprinzen schon richtig heftig. Ne, aber es ist halt wirklich schwarz, Neonfarbe, schwarz, Neonfarbe. Crazy. Und dann verschiedene Schwarztöne drin. Wow. Es sind, die ich zusammengemischt hab, die einen verschiedenen Effekt erzeugen müssen, neben den Neonröhren, die ja alle kalt wirken. Deswegen möchte ich ne... Ich mach nen warmes, schwarz und kaltes Licht. Okay, wow. Okay. Das ist, ähm... Ja, das sieht ein bisschen weird aus. Wenn der fertig ist und ich den fertig machen kann, dann muss ich dir den mal zeigen. Oh ja, auf jeden Fall. Ich feier eigentlich alles, also... Ähm, alles, was, äh... Alles, was nicht von mir ist, feier ich ja meistens. Aber ich bin ja auch schon zufrieden. Und ich mein, guck mal, ich hab ja hier den... Ganz am Anfang hab ich ja auch schon, äh, bei der letzten Folge gesagt. Da hab ich ja nur... Da hab ich ja angefangen, erst mal hier die Basefarbe zu machen. Erst hab ich angefangen zu malen. Und da ist mir aufgefallen, warte mal, ich Idiot. Äh, das meiste ist ja die eine Farbe. Ja, wieso mach ich nicht erst mal alles in der Farbe und mal dann drüber? Okay. Warte, jetzt wollen wir nochmal zu... Ah, ja, okay. Jetzt wollte ich nämlich nochmal zu einem speziellen Fall gehen. Genau. Metallicfarben. Metallicfarben... Stimmt, hier ist ja Metallic. Äh, ich hab nämlich ein Problem mit Metallicfarben. Und zwar, äh, die haben alle ein Problem. Ihr kauft euch die Kugellager für jede Metallicfarbe, die ihr habt. Bei Metallic hat es halt noch, äh, äh, Mica oder, ähm, äh, Aluminiumpulver drin, um Scheine zu wirken. Mica kann verschiedene Farbpigmente aufnehmen. Aluminiumpulver scheint besonders stark. Mhm. Das heißt, ihr werdet nie ein farbiges, stark scheinendes, äh, Metall bekommen. Egal, was ihr macht. Okay. Äh, ja. Ja, hier sieht's auch eher dunkel aus. Äh, deswegen... Es ist halt irgendwie weird, weil man muss sich immer bei jeder Metallfarbe zwischen zwei Dingen entscheiden und wenn man echtes Silber oder echtes Gold sieht, dann hat man aber eine stark scheinende Farbe drin. Oder ein stark scheinendes Blau, aber das ist halt einfach mit Farben und Farbpigmenten nicht möglich. Es sei denn, wenn man echtes Gold oder echtes Silber. Ja, ja. Was ja, äh, viel Spaß da, Farben aufzutreiben. Ja. Ähm, naja. Deswegen, Tipp von mir. Ich kaufe mir welche mit Silberpigmenten, die sind aber normalerweise eigentlich für Airbrushes. Das sind diese Vallejo Metal Color. Die kommen in solchen großen. Und ich mische die mir meistens mit Inks an oder Kontrastfarben. Also zum Beispiel, ich habe hier Magnesium, was ein dunkles Silber ist. Dann bemale ich. Warte mal, was ist denn? Bemale ich, weil ich ein dunkles Schwert haben möchte. Bemale ich hier zum Beispiel das erste Mal mit dem Magnesium per Drybrush. Das heißt, ich nehme mir eine trockene Bürste und lege das drauf. Nimm so viel davon weg, wie es irgendwie geht. Also auf einem Tuch. Mhm. Und nimm den trockenen, ähm, den trockenen Pinsel. Und, äh, bürste den so drüber, dass überall auf den hellsten Stellen am meisten Farben bekleben bleibt. Ah, ja, okay. Ähm, so bekommt man eine sehr leicht gute Silber. Deswegen sind Necrons ja auch so einfach. Machen, machen den schwarzen Undercode. Und dann trocken bürste die einmal gut durch. Und auf einmal hast du den unglaublich hellen Kontrast. Und dann kannst du mit einer Kontrastfarbe drüber geben. Und tatsächlich halt, hier ist es Nassdreck Yellow. Und ihr bekommt ein sehr cooles glänzendes True Metallic Metal Gold. Man kann auch mit Acrylfarmen Metall Effekte erzeugen. Das heißt, Non-Metallic Metal mache ich nicht. Ich finde True Metallic sehr schön. Und, was man vielleicht nochmal haben kann, ist, man kann nochmal, wenn man wirklich, äh, äh, die, man kann auch noch ein paar kleine Sachen mit Maika nehmen. Also, man kann zum Beispiel noch ein, äh, warmes Gold oder ein kaltes Gold kaufen. Nicht Stratgebieter Armor. Bitte holt euch nie im Leben dieses Layer von Citadel. Es, die müssten eigentlich jeden zurückerstatten, der das kauft. Die Layer Gold Farbe von Citadel ist ein Kriegsverbrechen. Okay, so schlimm. Das ist ein Scam. Äh, die sind so schlecht. Das ist unmöglich, weil, äh, Metallfarben separieren. Das Layer Gold, was Citadel anbietet, das ist immer separiert. Das ist gar nicht mal gemischt. Okay. Gefühlt. Du kannst es schütteln, du kannst es in der Vortex Mixer hauen. Es ist nicht gemischt. Es ist unmöglich zu mischen. Okay, krass. Es ist einfach Farbe, die separiert ist, die verkauft wird. Ich verstehe nicht, wie das durchgehen kann. Okay. Okay, äh, Layer Gold, äh. Nie im Leben. Also, das ist wirklich ein Scam, die Farbe. Okay. Ehrlich. Versuch's da zu denken. Äh, genau. Aber, ähm, deswegen, die Wallicho Farben sind eigentlich immer ganz gut. Die Wallicho Metalle. Metalligreihe ist ganz gut. Da kann man halt solche haben. Und dann kann man nochmal die Kantenakzente mit dem Maika Gold setzen. Mhm. Weil, ähm, da, wo es am höllsten ist, wird man ja ein bisschen geblendet. Und da ist es nicht so schlimm, wenn es nicht ganz so glänzt, tatsächlich. Ja. Weil der Glanzeffekt wird ja dann vom Blenden ausgemacht. Und dann, äh, kann man die tatsächlich mischen, die zwei Arten von Metallic, um halt den coolen Effekt dann doch zu erzeugen. Sehr cool. Ähm, ja. Deswegen, Trockenbürsten ist für Metallic halt super gut. Und, äh, ihr könnt ja, weil wir, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gezeigt, bleiben wir einfach mal dabei. Ähm, hier zum Beispiel, äh, das Seegrasgrüne, ne? Mhm. Das ist zum Beispiel einfach mit einer, ähm, Silberfarbe gemischt worden. Also ich habe es einfach mit einer Silberfarbe gemischt und einmal trocken gebürstet und dann nachgezogen. Also das ist wirklich, ähm, wenn du eine Maika-Farbe hast, dann kannst du die auch mischen. Diese Farben sind nicht mit Farben mischen, ne? Okay. Kann man, das sollte man halt wissen. Also, ähm, wenn ich halt einen, einen Silber habe, das kann, in so einem Silber, in Maika-Silber, kann ich auch einfach Farben hinzugeben für einen Effekt. Mhm. Äh, die Acrylfarbe wird zwar immer noch dominant sein oder dominant bleiben, aber man hat dann trotzdem einen sehr coolen Übergangseffekt, wenn man halt sowas haben möchte wie den, äh, na, wie heißt Grünstich von meinen. Mhm. Mhm. Grün sparen, oder? Heißt das, wenn es so oxidiert auf den... Ja, 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 genau. Ja, cool. Ich bin echt begeistert. Aber hey, ganz ehrlich, ähm, egal was ihr da draußen macht oder auch gerne was ich machen werde, es wird nicht falsch sein, sozusagen, weil, ähm, ihr müsst euch ausprobieren und euren Stil finden. Ähm, ich habe ja auch, als ich, ich habe ja hier, ich glaube, beim letzten Mal gesagt... Ich habe ja auch zwei von diesen, äh, wie heißt es, Stormcast Dudes gehabt, also ich habe einmal den hier, den hier, die habe ich relativ gleich gemalt. Hm. Relativ gleich, hier sieht man es jetzt. Und bei dem hier habe ich versucht mit einem Panel-Line-Marker ein bisschen das Comic-lastiger zu zeichnen. Bei, bei der Base sieht man es halt richtig krass. Ich halte jetzt mal beides hoch. Bei der Base sieht man es dann halt doch schon eher, ähm, den Unterschied. Aber auch, man sieht es dann auch an der Rüstung, die ist ein bisschen düsterer geworden. Weil man sieht dann auch ein bisschen mehr die Kanten und so weiter. Ich habe halt alles nachgezogen, was so ging. Leider war ich ein bisschen zu voreidig und habe das nicht schon lang genug trocknen lassen. Aber selbst das, ich finde, das sieht immer noch geil aus. Sieht auch besser aus, finde ich. Ja, es sind halt so, so Kleinigkeiten. Du machst nur ein bisschen was anders und, und schon, äh, schon sieht die Figur ultra cool aus. Aber du hast Definitionen eingeführt, du hast Muskelpartitionen eingeführt, du hast Schatten eingeführt, du hast Kontrast eingeführt mit einem Panel-Liner. Ja, ohne es wirklich, also ohne es bewusst zu machen. Ich wollte einfach nur die ganzen Kanten einfach nachziehen. Und übrigens, wenn du nochmal genau schaust, bei deinem, äh, was du hier drauf hattest, weil, ja, ein bisschen ist es verloffen, aber das macht ja nichts. Ja, ich habe, ist jetzt nicht sauber geworden. Ja, aber, ähm, macht ja, macht ja nichts. Aber wenn wir tatsächlich mal deine Bronzefarbe anschauen, wenn du diese genau inspizierst, die hat solche kleinen Fleckenstöllen. Ja, genau, äh, ist mir dann auch aufgefallen, dass sie völlig sauber... Und weißt du, wieso sie solche kleinen Fleckenstöllen hat? Ich habe es vergessen zu schütteln. Ja. Ich habe es aber auch, ich habe die Farbe auch zu stark verdünnt. Man sieht halt das Grau noch durch. Ähm, ich habe es zu stark verdünnt und auch nur eine Schicht aufgetragen, weil ich es ja nicht besser wusste. Aber jetzt weiß ich, also ich habe es bei meinen Tyranninen dann auch gesehen. Ah, dass sie so hell stellen. Ja, dann mache ich einfach nochmal eine zweite Schicht drüber und siehe da, äh, jetzt ist einfach perfekt. Alles schön in dem Lila-Ton. Und da werde ich mich dann genauso probieren. Ich mag nämlich diesen, diesen Comic-Stil. Also wenn wirklich die, die, die Kanten schön dick schwarz sind und man halt wirklich, es irgendwie aussieht, als wäre es aus einem Comic, so die Figuren oder aus einem Manga. Ja. Ähm, deswegen, ich werde mich da auch versuchen und gucken, ob das wirklich mein Stil sein wird. Aber, ja. Also. Also ist der Liner eigentlich ganz gut für dich. Genau. Da wird Panel-Liner ultra nice, weil man geht einfach, ich habe, ich habe halt echt so einen Stift. Ich habe jetzt, da drüben ist jetzt halt die Kiste mit den ganzen Farben. Ich bin halt einfach echt mit dem Stift einfach nur, das war extra so ein Panel-Line-Stift, einfach nur hier die ganzen Kanten entlang und habe die alle angemalt am Schild. Dann überall, wo ich halt wollte, dass man halt den Unterschied sieht, den Übergang, äh, habe ich dann auch, äh, gemacht. Weil man sieht es ja auch hier im Kontrast mit dem anderen Schild dann. Da kommt dann halt ein bisschen mehr, äh, Details raus. Ja. Und das ist halt schon geil. Also egal, was man macht, man macht eigentlich nichts falsch. Und, äh, wenn ihr auch Anfänger seid wie ich, äh, zum Lernen ist alles, alles eigentlich, äh, möglich. Und irgendwann findet ihr halt, wie Freddy sagt, euren Stil, was eher persönlich euer Geschmack trifft. Und dann, äh, ja, wird das eigentlich cool. Bin auch gespannt, wenn, jetzt bin ich jetzt meine Ratten anmauern werde, weil ich habe schon ein paar Farben dafür herausgestellt eigentlich. Deswegen hatte ich die auch so zur Hand. Und, äh, wenn ihr euch eine Farbpalette zusammenstellt, ähm, hier ist der größte Tipp, äh, den ich euch geben kann dafür. Keep it simple, stupid. Nimm vier Hauptfarben oder so für, zum Beispiel so, okay, hier haben wir Stoffe. Ja, hier haben wir Trinket, äh, also hier haben wir zum Beispiel für Waffen zum Kontrast und dann haben wir noch eine zweite Farbe für kleine Tschatschkis und so. Mhm. Und vielleicht einen Schatten, wenn ich was damit machen möchte. Oder vielleicht tue ich es ein bisschen durch, mischen, aber vielleicht nehme ich auch die Schattenfarbe raus und mache mal einen natürlichen Schatten. Und das hier sind die Hauptfarben. Und dann muss ich mir noch eine, äh, Hauptfarbe für, äh, fürs Fall überlegen. Ich wollte es eigentlich schwarz machen. Oder so schwarz, leicht grau. Aber viel mehr als den Farbe werde ich dafür erst einmal nicht hinzunehmen, weil das ist ein Fehler, den ich immer gemacht habe. Bei meinen alten Figuren. Weil, hier ist nämlich das Problem. Oh man, ich male eine Figur an. Na gut, bei den Knights geht's ja. Weil du malst in deinem Leben bloß 15 an. Mhm. Aber sag ich mal, wenn ich jetzt eine ganze Armee so bemalen möchte, wo ich über 25 Farben brauche. Einmal das, äh, grün für die Schatten, grün fürs Highlighten, das blaue zum Tönen, die gelben Sachen, die unteren Röte, die braunen Töne, das Grau, was ich selbst gemischt habe, und, äh, das Lila, so viel, wenn ich eine ganze Armee damit bemalen würde, bin ich in drei Jahren nicht fertig. Ja. Ähm, es ist ein einzelnes Modell. Es ist nicht replizierbar, außerdem, weil, äh, ich muss ja jeden Schritt doch ehrlich machen, damit es gleich ist. hier, bei so groß, bei so einer Armee wie Chaos Knights geht es ja, dass ich, äh, dass man was Komplexes macht. Und man sieht ja selbst, ich hab Dinge wie den aktuellen Arm noch nicht bemalt. Äh, beziehungsweise, weil der ist ja austauschbar, der ist ja hier, äh, magnetisiert. Jui. Ähm, da, äh, macht es ja nichts, wenn ich da da mal ein bisschen mehr Liebe reinsteck, weil die Armee wird, wird sich nie wieder viel mehr vergrößern. Weil es gibt da einfach nicht so viele Modelle, oder? Aber, allein diese Box, die ich da unten hab, hat 50 Ratten drin, und es sind nicht mal 1000 Punkte. Was soll ich machen? Warte, 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 50 Ratten sind keine 1000 Punkte? Ja. Warte, ist es bei den Tyranninen genauso? Nee. Okay, Glück gehabt. Wow. Ich dachte so, fuck, da sind schon 50 Stück, was mach ich denn jetzt? Wenn ich mehr als drei oder vier Farben nehm, als Hauptfarben, dann raste ich ja da unten komplett aus. Ja, klar, das ist, das kriegst du gar nicht. Es gibt ja auch einen Unterschied, äh, hab ich gelernt, zwischen, Spielbarkeit und, ich glaub, Parade, Parade bereit, äh, spielbar, spielbereit ist einfach, das reicht schon. Meine, meine Figur sind spielbereit. Drei einzigartige Farben. Ach, drei Farben? Okay. Ja gut, das krieg ich ja hin. Ja. Aber, aber, dann sind die spielbereit. Aber theoretisch musst du noch nicht mal so viel auftragen, wie du aufgetragen hast. Du musst nur drei Farben spielbar, äh, drei verschiedene Farben haben. Okay. Ja, aber, aber man braucht jetzt nicht so detailreich sein, sondern man sagt einfach, boom, da, 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 dass man halt die Einheiten unterscheiden kann, also vom Gegner, von den Spielern. Das reicht ja schon, wenn man, wenn man wirklich nur spielen will, hauptsächlich, und jetzt nicht da ein Kunstwerk erschaffen will, dann reicht das ja schon. Ähm, das, was du halt machst, ist halt auch schon paradebereit. Also wirklich, da zählt das Kunstwerk schon fast mehr als die Spielbarkeit. Ja, ähm, es liegt halt daran, dass ich halt einen, äh, sehr hohen Standard an meinen Miniaturen hab, und ich, äh, und ich halt Centerpieces extrem gern wie Mahal, und, warte mal, wo haben wir einen Kursarokan? Das ist zum Beispiel, was damals bei mir battle-ready war. Weißt du? Der war halt einfach, einmal mit Braun eingeblockt, einmal das rote Cape, einmal den, äh, äh, na, hier das grüne, und das war halt einfach damals, okay, ich brauch eine Figur battle-ready innerhalb von, zehn Minuten. Dann hab ich den halt damit angemalt, weil ich wollte ihn halt, mitspielen, den Kursarokan, und, und das hat mich angekotzt, dass ich das gemacht hab, weil deswegen bin ich, da bin ich weggange, weil jetzt hatte ich dieses Modell, ich hab ihn für das eine Turnier damals, kurz battle-ready gemacht, ähm, damit ich den auch spielen kann, weil meine, äh, Minotaurs waren das damals, die waren so Gold, äh, die waren so Bronzen, und ich hab einmal einen, äh, braunen Untercoat gemacht, und dann ist Bronze drauf. Mhm. Und jetzt hatte ich den dann so da, und wollte den irgendwie nicht mehr anfassen. Mhm. So, ja, er ist battle-ready, ich hab mit dem gespielt, ja, aber, so wirklich, Lust auf bemalen, hab ich jetzt nicht mehr, weil, effektiv die ganze Ideensache, was möchte ich mit der Miniatur machen, was will da, was soll daraus werden, äh, hab ich ein bisschen ruiniert mir dadurch. Einfach weil, so, okay, ich hab den halt jetzt peu a peu angemalt, als einen Minotaur, und ohne mir Gedanken zu machen, und dann kam es mir halt so, weil zum Beispiel, bei vielen meiner alten Minotaur, hab ich, äh, Helme von verschiedenen, ähm, äh, Fraktionen gemacht. Also quasi, loyal, die sind mit, damals kamen die Boxen ja mit so viel übertriebenen Bits und anderen Helmen und Helmoptionen, und dann hab ich einfach vielen Leuten so Helme angehängt, weil die Minotaurs sind sehr große Arschlöcher in der Geschichte, und dann war das ein Black Templars Helm, weil die auch sehr viele ihre eigenen, also ich hab von anderen Clans, die haben das so als Trophäen dabei gehabt. Cool. Dann hab ich halt immer einen Helmangwald, und dann war der halt einfach so rausgestochen, als er ist technisch gesehen für das Turnier erlaubt, Ja, ja. Würde ich nicht noch mal machen. Mhm. Ja. Ja, ich, ich hab mir auch wohl überlegt, wie ich die, ich hab mir auch lange überlegt, deswegen hat's auch ewig gedauert, bis ich angefangen hab, meine Tyraniten zu bemalen, und hab ja auch meine Gruppe nachgefragt, wie die ihre bemalt haben, dass ich rausfinde, ähm, welche Farben kann ich denn jetzt nehmen, weil, ich will ja nicht, dass meine genauso aussehen, wie der von meinem Gegenüber, ist ja auch zum Spielen schlecht, ähm, und ja, hab jetzt hier meine eigene Farbgebung gefunden, das wird halt eher, da ich ein riesen, riesen, riesengroßer, äh, Zerg-Fan von StarCraft bin, hab ich halt jetzt dieses Lila genommen, weil die halt auch hauptsächlich Lila, Lila Haut haben, und der Panzer wird dann braun, und die Klauen werden grau, und an dem orientier ich mich da ein bisschen, und, ja, also, das ist so meine Richtung, in die ich gehen will, ich brauchte jetzt erstmal spielbereit, ähm, dass ich, ähm, dass ich endlich mal testen kann, wie spielt sich Warhammer, und so weiter, aber das wird nicht das Ende der Geschichte sein, ähm, ich will da auf jeden Fall mehr Liebe reinstecken, deswegen will ich auch jetzt nicht, äh, hier voll reinschitten, und sagen, okay, jetzt hab ich meine Tyrellin-Armee, die ist schon mal da, äh, äh, welche Armee will ich als nächstes, sondern ich sag jetzt hier, ich hab jetzt meine Armee, da steck ich jetzt mal ein bisschen Liebe rein, und erst dann überlege ich mir, was könnte ich denn als nächstes machen, theoretisch, hab ich eine Space Marine-Armee hier, und hätte dann meine Space Marines, so, aber, äh, auf Space Marines hab ich gar keinen Bock, ähm, deswegen, ja, äh, aber gut, jetzt hab ich auf jeden Fall gelernt, auf was ich ein bisschen achten muss, das ist schon mal sehr, sehr gut, ähm, ich weiß, dass, äh, erstens wichtig ist, äh, den, äh, den Primer zu benutzen, damit auf jeden Fall mehr, mehr, äh, Rauheit da ist, dass die Farbe besser hält, und, äh, Farben verdünnen, ganz wichtig, mit Wasser, und, äh, ja, auf Licht und Schatten achten, das hab ich jetzt auch gelernt, also von dem her, äh, bin ich da schon mal sehr, sehr dankbar, ähm, ich muss halt jetzt rausfinden, wie ich das anstelle, aber das muss jeder auch für sich selber rausfinden, ich kann auch mal helfen, mit den Farben, da eine Palette rauszusuchen, je nachdem, was du, äh, brauchst, weil, weil, ich sag mal, Braun ist interessant, weil, die sind ja so braun und lila, ne? Ja, genau, ja, genau, und, ähm, ja, da, 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 da müsste ich es mir überlegen, aber eigentlich kann man, glaube ich, mit einer sehr einfachen Farbpalette da super viel machen, wenn ich mir allein überlege, dass, äh, weil, weil du bräuchtest ja einmal ein helles Braun, einmal ein dunkles Braun, ein lila und ein, vor allem ein stark leuchtendes, flurussierende Farbe sind eure Freunde, flurus, Maxi, ähm, muss ich mir organisieren, flurus sind aber ein bisschen weird, weil, äh, die funktionieren nur auf weiß wirklich, okay, ihr braucht einen weißen Undercode, dafür, okay, das ist das eine Mal, wo man den pur weiß haben möchte, okay, gut zu wissen, aber ja, ähm, genau, das war's eigentlich, äh, fürs Erste, irgendwann, werde ich vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen, hier, wie nutze ich jetzt die Farbe am besten, oder wie, wie male ich das, wenn ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe, ich bin ja, ich, ich nehme euch ja alle hier, und den Freddy nehme ich ja auch hier mit, auf meine Journey, äh, meine erste Warhammer-Armee, und irgendwann stelle ich die euch dann mal vor, und zeige die euch, und erzähle euch, was meine Gedanken dahinter sind, und wieso ich das so gemalt habe, und nicht anders, meistens, weil ich es nicht besser wusste, oder nicht auf den Freddy hören wollte, hehehehe, genau, aber ja, ähm, ich habe viel gelernt, Freddy, vielen Dank dafür, und ich hoffe, ihr habt jetzt auch viel lernen dürfen, durch den Freddy, ähm, keep it simple, stupid, habe ich gelernt, keep it simple, ja, je weniger, desto mehr, äh, ist ausschlaggebend, weil, ich, ich verstehe schon den Ansatz, den du dahinter sagst, das ist halt wirklich, ähm, ja, ja, doch, keep it simple, stupid, das ist echt, das fässt, fast eigentlich alles, alles zusammen, so, ähm, Freddy, ich danke dir, dass du da warst, dir die Zeit mal wieder genommen hast, mich aufzuklären, über, das, einer der schönsten, neuen Hobbys, die ich besitze, wenn ihr euch aber trotzdem, über, äh, na, Magic und so noch ein bisschen, was anschauen wollt, der Commander Compost ist für euch da, genau, da bin ich dabei, da haben wir, heute, oder, heute kam erst eine Folge raus, über Land Destruction und Mars Land Destruction, wenn man da mal reinschauen will, oh ja, ich freu mich, oh, kann ich heute in der Arbeit hören, ich freu mich schon drauf, ähm, ich hab nämlich meine erste Land Destruction Karte, in mein erstes, Commander Deck reingeballert, ähm, was, was, äh, wo, wo man eigentlich selber sich dazu entscheidet, sein Land zu zerstören, wenn man es im gegnerischen Zug vermanert hat, also ist es ein indirekter, geplanter Land Destruction, sind die Leute selber schuld, wenn die ihr Land haben, äh, bist du selber schuld, genau, aber ja, äh, hört beim Commander Kompost rein, äh, Kompost rein, da hört ihr den Freddy und seine Kollegen, ähm, ich muss mir das jetzt bald auch anhören, weil, äh, bald geht's schon wieder in die Arbeit, und dann darf ich mir das schön anhören, und ich freu mich schon drauf, und wichtig, äh, wenn ihr euch Bauhämmerkram holen wollt, schaut beim Steinefand vorbei, benutzt meinen Rabattcode yugisockeys7 und spart 10% auf eure ganze Bestellung, und ja, Werbung, wir haben Werbung gemacht, äh, ich danke euch, Freddy nochmal, danke, dass du da warst, und euch da draußen, äh, wünsche ich jetzt viel Spaß bei euren Miniaturen bemalen, ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen, und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören, Reinschauen, und so weiter, und bis zum nächsten Mal, ciao! Tschö! 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 Tschö!